Guten Tag und herzlich willkommen zurück hier in The Crew. Jetzt ist mir kurz fast der Titel entfallen des Spiels, das wir hier spielen. Zusammen mit der Honeyball LP und mir, dem Basti, wir fahren wieder fröhlich durch die Gegend. Die Honey, die hat sich irgendwo hin verirrt. Wo bist du denn eigentlich? Ja, ich wollte nach Los Angeles fahren und irgendwie war das nicht so gut. Das war nicht so. Nee, ich war dann irgendwie ganz weit weg und, aber man muss sich das mal vorstellen, ich bin irgendwie eine Stunde in Richtung Los Angeles gefahren und ich habe gerade mal irgendwie ein Viertel des Weges geschafft. Dieses Spiel ist echt groß. Warte mal, wo ist sie denn, die Frau? Ja, ich bin schon, ich komme schon näher, ich bin schon näher kommend. Achso, du bist schon näher kommend. Meine pinken Nissan. Aber du bist ja tatsächlich schon fast da. Alter Vater. Ich und der pinke Nissan Kotz, so heißt das Modell übrigens. Nissan Kotz? Nissan Kotz, ja. Sieht für mich eher aus wie Nissan Rotz. Ehrlich gesagt, oh. Ja. Ich habe ein paar Autos gerammt. Kann passieren. Warte mal, du bist doch fast da. 0,66, 0,65. Egal, ich starte jetzt hier einfach mal. Ich warte jetzt hier nicht auf dich. Ja, ja, mach mal ruhig. Du wirst ja eh hier gebeamt. Ja, ja. Ja, 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 mach das. Mach, mach mal. Quatsch mal ruhig. Los geht's. Es geht los. Ähm, übrigens, wir brauchen nur noch ein bisschen spielen und dann kommen wir endlich in den PvP-Modus des Spiels. Und dann können wir auch eigene Rennen starten und müssen nicht mehr diese Demi-Missionen machen. Ha! Sehr gut. Hä? Lade. Niemand hat die Einladung akzeptiert, steht bei mir. Ja, ich habe Ladebildschirn. Er ist schwarz und das steht dran. Lade. Gut. Mal gucken, wie lange der jetzt dort stehen bleibt, bis das Spiel merkt, dass ich wahrscheinlich die Verbindung zum Server verloren habe. Ja, mal sehen. Du spielst allein. Danke. Bist allein? Ja. Das ist ja gut, dass es so gut funktioniert hat. Mensch. Das Spiel ist ja so bugfrei. Gut, dass das so lange Beta getestet worden ist. Dann fahre ich jetzt das Rennen halt alleine. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass... Ich fahre da jetzt auch einfach mal alleine. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einfach jetzt gerade der Server ein bisschen überlastet ist, weil es ist Sonntag. Und die Leute, die Spieleentwickler und vor allem die Serverbetreiber, die stellen sich auf sowas nicht ein, dass an einem Sonntag ein bisschen mehr los ist. Da ist das Ziel. Diese falsche Richtung ist doch da, ist doch das Ziel. Verstehe ich nicht, was das Spiel von mir will. Ich fahre einfach da hin. Ja, ich weiß nicht, Server überlastet. Ich finde jetzt auch die Abfrage hier von dem Spiel... Das ist nicht so dramatisch, dass das so... Ich habe keine Ahnung. Man ist ja wirklich nicht mit sehr vielen Spielern zusammen immer in der Gegend. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wie es hier läuft. Ich weiß auch nicht, wie groß die Absatzzahlen dieses Spiels sind. Ob da wirklich so viel verkauft wurde. Ja, das habe ich auch noch gar nicht nachgeguckt. Also viele Leute sollen wohl halt in der Open Beta schon schwer enttäuscht gewesen sein. Und sich gesagt haben, nee, das spiele ich gar nicht erst. Das ist halt gefährlich an der Open Beta. Ja. Wenn du das dann einfach so spielen kannst. Das stimmt. Aber ich glaube kaum, dass das hier irgendwann mal Free-to-Play wird. Das glaube ich allerdings auch nicht. Also von daher ist es dann wieder so eine Auto-Totgeburt, wenn sie Pech haben. Ja. Wobei eben es auch ein bisschen schwierig ist mit Autorennenspielen, finde ich. Weil reine Autorennspiele... Also was willst du machen, außer Autorennen fahren die ganze Zeit? Richtig. Und das Problem ist halt einfach hier gegeben, dass du halt keine Autorennen von Anfang an fahren kannst. Deswegen ist für mich halt immer noch Burn of Paradise umgeschlagen. Du kriegst ständig Belohnungen, weil du ständig neue Wagen bekommst. Nachteil, du kannst sie nicht tunen. Ich finde es halt ziemlich nice, dass ich halt dort wirklich eine Belohnung kriege. Ständig Rennen fahren kann, wo ich will, wann ich will, was ich da machen will. Es gibt keine Story. Es ist einfach Burn of Paradise. Es ist umgeschlagen. Hat dafür, dass es so alt ist, die mega geile Grafik. Muss man schon jetzt ehrlich sagen. Das stimmt. Nein, gib mir Gas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, grasso geschafft. Na, wolltest du schneller. Spannend machen. 10 Sekunden übrig. Haha. Nee, aber ich will mir jetzt momentan zu diesem, zum Becruge, will ich mich noch gar nicht so richtig ein Urteil bilden. Weil ich glaube, wir haben noch nicht mal ansatzweise das angekratzt, was dieses Spiel hier bietet. Ja, das stimmt. Das ist aber halt der Nachteil bei einem Autospiel. Ich will halt einfach sofort losbrausen und halt Rennen spielen können gegen ganz einfach Autos und irgendwelche anderen lustigen Sachen, die man halt machen kann mit einem Auto. Und das ist halt hier sehr lange, der Anfangswagen ist auch echt schwieriger zu steuern, wenn man halt, sagen wir mal, nicht realistischere Autorennspiele gewöhnt ist. Es ist ja, die Steuerung ist wesentlich realistischer, wenn du sehr schnell fährst und dann in eine Kurve gehst, viel Spaß. Also das ist halt bei anderen Rennspielen nicht unbedingt so. Ja, richtig. Oh, wir sind aber immer noch in der gleichen Crew. Ja, wir sehen uns aber wieder nicht. Also ich sehe dich zumindest nicht. Ich sehe zwar deinen Namen, aber deinen Autor nicht. Das ist so zum Kotzen. Naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Äh, wo wollen wir denn hin? Direkt neben uns hier ist erbitterter Zweikampf. Ja, dann lass das eben schnell machen. Dann mach ich mal Blitzreise hin, dann sollte ich mit dir auch wieder auftauchen. Jopp, komm ich auch mal schnell hin. Du kannst ja vor allen Dingen starten. Jopp. Nee, ich sehe dich noch mal nicht. Aber egal, dann starten wir einfach mal. Super, ja, du glitscht auch irgendwie vom Namen. Das ist gut. Es ist halt nicht neu geladen worden, sagen wir es einfach so. Da ich da kein Ladebildschirm hatte, wurde ich auch nicht wieder in die gleiche Instanz gesetzt. Ja, das ist natürlich klar. Das liegt bestimmt alles an der Rotze auf meinem Auto. Wahrscheinlich. Das ist einfach so widerlich, ja. Ich hab schon gewarnt. Ich hab schon gewarnt, du hast dich nicht gelanzt. Äh, genau. Äh, ich bin 5'10, yo. Ich bin 5'11. Echt mal. Ey, lass uns neue Crew gründen, also 5'12. 5'12, genau. T-W-Ö-L-F. Ja, das klingt wie fast 12, weißt du, das musst du... Ja. 5'12, nicht geil. So, was muss ich aber für Nitro drücken? Äh... Ah. Da war die Tasse hier unten, okay. Drücken wir die Bremse. Das ist nicht der Nitro. Warte mal, wo ist denn die Hanni... Oh, was war das? Das war komisch gerade. Sie hat gerade geleckt, das war seltsam. Ja, genau, genau, genau. Das war nämlich bei mir auch der Fall. Das war dann anscheinend der Server. Gut, das hat dann also nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist dann... Das ist beruhigend zu wissen. Das ist nun mal bei Online-Spielen kann das vorkommen. Wir drücken da einfach mal ein Auge zu. Bist du Platz 1? Ja. Das ist international, weil so musst du weitermachen. Ich habe keine Ahnung, warum ich auf einmal fahre wie ein junger Gott. Seitdem ich die Handbremse nicht mehr benutze, sondern die normale Bremse und von den Kurven einfach Bremse, klappt das auch viel besser. Danke übrigens für den Tipp in den Kommentaren. Wäre ich nie selber draufgekommen. Nein, ich... Sag mal so, wenn du in echt immer mit der Handbremse fahren würdest... Ja, ja. Aber ich kann in Handbremsen-Drift, so ist es nicht. Ich kann nicht mit einem Auto eine Parklücke schleudern, aber halt nur mit einem echten Auto. Und das müsste ich auch sehr gut fahren können. Ja, ich habe das früher im Winter mal gemacht. Im Winter, da habe ich immer... Da gab es einen großen Parkplatz bei meiner Eltern in der Nähe. Und da stand dann eine große Pfütze drauf und die ist gefroren. Und dann konntest du halt richtig schön durch die Gegend schleudern. Das ist lustig. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Dann kam irgendwann die Polizei da vorbei, weil das halt viele Leute gemacht haben. Oh, scheiße, Polizei, Polizei. Und dann erst mal schön an den Rand gestellt. Hallo, Hanni. Hi. Oh. Ah. Oh, Entschuldigung. Hallo. Es tut mir leid. Und das Lustige war aber, dass die Polizei dann genau das gleiche gemacht hat. Und ist dann wieder abgehauen. Ja, na dann. Und auch gesagt, oh, lass mal drehen, Mann. Voll gut. Ey, voll geil. Macht ja auch mega Spaß. Oh Gott. Was machst du denn da? Weiß ich da, weiß ich nicht. Ich war irgendwie, ich hab gerade so auf die Karte geguckt, hab so abgecheckt, wer so hinter mir ist. Ich hab dich abgecheckt. Wieso hab ich nicht gebremst? Ich hab nur auf die Bremse gedrückt. Das Auto ist irgendwie ein bisschen komisch, was die Aussprache angeht. Das rotzt auch immer so rum. Ja. Schleim. Oh, schön, dass du mir die Ampeln alle zu Füßen legst. Gern. Ich, ich, ich leg dich auch mich zu Füßen. Weiter. Unter 301 Fuß. Yes. Mann, wir sind so eine krasse Crew, ey. Der ist schuld. Haben wir mittlerweile schon wirklich einen offiziellen Namen? Kann man sich hier eigentlich einen Namen geben, der Crew? Das hab ich noch nicht gefunden. Ich hab auch keine Ahnung von dem Spiel. Ich auch nicht. Das ist schön. Plus 24. Alter Vater. Was macht es denn? Was ist das überhaupt für ein Teil? Ich weiß es nicht. Was ist das? Was passiert denn überhaupt? Was, was, was ändert sich an unserem Auto jetzt eigentlich? Alles, glaub ich. Also. Aufhängung gewonnen. Aufhängung, okay. Das ist halt für die Stoßdämpfer. Ja, toll. Könnte ein bisschen besser jetzt auf der Straße liegen, das Ding. Mit dem paar Punkten? Ich bin mir ja nicht sicher. So, mal gucken, ob wir uns jetzt wieder auf dem Spielfeld sehen. Das war voll die geile Cutszene, ey. Ja. Was kommt jetzt wieder in cooler Sprache? Ombre. Okay. Meine Rotzkarre will sowieso niemand haben. Der hab ich nämlich schon draufgespuckt und draufgesabbert, ja? Das ist natürlich eine Methode, ey. Da wird niemand um dein Auto buhlen. Oh. Fahrzeugtuner freigeschaltet. Gelände. Oh. Oh, ich will Geländewagen. Geländefahrzeuge zeigen sich durch Kraft am Viertel. Okay, wir müssen auch warten, bis wir uns... Mhm. Ja. Sagt sie uns das, ja. Ja, ich ja sowieso gerne automatisch auf dem Gelände fahre, weil das Absicht ist. Ja, dann tue ich da mal einen Wegpunkt hinsetzen und fahren wir mal da rüber, würde ich sagen. Okay, warte. Ich stelle nochmal schnell hier, warte. Schöne mal ein bisschen angucken, was hier so los ist. Warte mal. G, E, G, I, zack. Wegpunkt setzen. Ich sehe dich immer noch nicht. Ich sehe dich immer noch nicht. Was ist immer noch eins? Ja, Sekunde, ich mache nochmal eine Blitzreise hier irgendwo in die Nähe, wo ich einen Nadel schon kriege. Ach, wir sehen uns nochmal nicht. Nein, ich sehe dich immer noch nicht. Ah, Tatsache. Ich setze mich mal zum Slalom-Test mit der Spitze. Der ist ein bisschen weiter vorne, den bin ich anscheinend schon mal gefahren. Ach, da? Ja. Okay, ja, ich müsste dann ja, ich bin dann gleich, warte, 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 ich, ich, ich rase mal schnell zu dir. Kein Problem. Mach mal einfach ein bisschen langsam. Bei dem Slalom-Test habe ich Gold gemacht. Bitte? Was ist passiert? Wie? Ja, weiß ich auch nicht. Das geht ja jetzt mal gar nicht. Oder beziehungsweise, du hast da auch Gold gemacht. Du rast mir einfach mal gerade als Geisterfahrer davon. Wenn hier nicht die ganzen Autos kommen würden, könnte ich auch Slalom fahren. Wie, ich bin das schon mal gefahren? Dann müssen wir da schon mal lang gefahren sein. Ich habe, ich habe alleine nicht gespielt, insofern. Ja, ja, das, du bist hier schon mal mit mir lang gefahren. Ach so. Ich dachte, das ist, was ich alleine gemacht habe, ist Richtung Los Angeles zu düsen und zu üben. Das Problem ist halt, wenn man nach Navi fährt, war, da guckt man nicht mehr richtig auf die Straße. Also dann interessiert man sich nicht mehr so für die ganzen Dinge, die so immer rum sind. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, durch welche Städte man fährt. Warte mal, irgendwie bist du immer weiter weg, obwohl ich genau... Ich habe je Gold gemacht, wenn nicht... Da fahre ich irgendwie. Ich bin scheiße. Mal auf die Karte gucken. Doch, passt alles. Fahr einfach langsam. Ja, ne, ne, ich habe mich so gerade gewundert, weswegen du weiter weg kommst. Aber ich muss halt jetzt erstmal ein Stückchen nach Osten fahren. Kruse, Kruse, Kruse. Jetzt wieder nach Süden. Ja, dass du es dick reindrücken und gucken... In der Kurve, yep! Zack, durchs Feld! Du bist aber mit mir definitiv in der gleichen Sitzung, also sollten wir uns sehen können. Ja, eigentlich ja. Das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben nach dem Motto, hier, guck mal, ob ihr dann auch in der gleichen Sitzung seid. Das scheint manchmal zu baggen hier, Mensch. Oh, dieses Nitro, ey. Das muss ich mitmachen. Ah, hier. Okay, ganz sicher. Ruhig! Öffne! Oh, hallo, Herr von den Seilwagen! Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte sowieso schon Gold, hatte, dann bräuchte ich das ja eigentlich gar nicht machen hier. Und dazwischen ruh meine Runden drehen, dämlicher andere Wagen. Alter, man hat diese Autos, die plötzlich hier auf der Straße fahren, gibt's doch nicht. Dafür sind die Straßen noch gar nicht gemacht. Nee, diesmal Gold, den hättest du abererweise nicht geschafft. Naja. Kommst du immer her, schön. Kommst du immer her, schön. Jetzt bist du weiter weg wieder, jetzt kommst du... nee, jetzt bist du wieder weiter weg. Warte mal, ich fahre in die falsche Richtung. Fuck! Mir wurde es nicht mehr angezeigt. Achso, weil du so ein... Das scheiß Rennen-Kanalier hatte. Ja, hatte, ja. Ich fahre jetzt hier quer durchs Feld, so. Irgendwie bin ich, glaube ich, nicht schneller, weil ich einfach hier so durch die Gegend hüppel. Ich bin ein Trabbi. Komm schon. Okay, ich bin schon fast da. Hinter mir wirst du schon mal angezeigt. Hallo, ich sehe dich. Ich sehe dich sogar, geil. Wuhu! Oh, was ist immer? Oh, wir haben wieder eine Wonne. Ja, es ist immer wieder schön zu spüren. Niemand bummst sich so gut wie du. Richtig. Niemand. Hattest du gerade gesagt? Ja. Oh, was für eine Ehre. Wow, wie ist mein Wagen wieder langsam repariert. Das ist so gut, wow. Da muss man aus dem Bumslalom um die Autos fahren. Ich gucke da tatsächlich sehr gern zu, wenn die Ehre sich reparieren. Da könnte ich so, 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 flupp und dann... Da kann man stundenlang zugucken. Ja. Ja. Aus dem Grund fahre ich meinen Wagen auch gern kaputt. Ja. Einfach um zuzusehen, wie schön das aussieht. Oh, okay. Mittlerer Westen. Neues Holland. New Holland. Okay. Oh, hier soll ich gerade ausfragen. Das sind hier gar keine Wohnwägen. Komisch. Weckwürdig. Vielleicht hinter der Hecke. Aber es ist schön hier. Ja. Die sieht ein bisschen aus, als ob wir mit einem Friedhof fahren würden. Aber es ist schön. Das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, Hinterhofidille. So ein bisschen. Ja. Das ist für mich auch immer wieder faszinierend. Wie schickt der einen hier immer um die Ecken? Na gut, dann kann man ein bisschen trainieren. Typisch Navi halt, ne? Ja. Kürzester Weg. Ja. Das ist wie der Navi bei uns vor Ort, der auch sagt, dass von meiner Hausfrau der kürzeste Weg ist. Dabei stimmt das gar nicht, weil die Straßen so eng sind, dass die meisten Autos gar nicht durchkommen. Aber Navi sagt, es ist kürzester Weg. Die ganzen LKWs denken das dann auch. Die können hier nicht mal mehr drehen. Die haben sich schon mal festrangiert. Die mussten dann schon mal, die Polizei musste kommen und das Ding rückwärts abschleppen, weil es nicht anders ging. Ja, das ist doch sehr geil. Das ist so gelacht. Vor allem morgens um 3 Uhr, weil die fahren ja mal alle nachts, ne? Und das ist zum Konzen. Du stehst du morgen 3 Uhr und denkst, was ist das schon für ein Lärm? Piep, 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 piep. Was ist kaputt? Behindern oder was? Und dann sitzt da meistens ein polnisch sprechender Mensch drin, der halt auch nicht mal, du kannst dich nicht mehr erkennen. Ich meine, pöbeln, wa? Der versteht einen nicht mal. Ja. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht hab, aber es sah sehr gut aus. Du bist in ein Hausgras, behaupte ich einfach mal, ne? Ja. Vom Haus wollte ich drehen, also um die Kurve fahren, hab mich überschlagen, bin gegen das Haus geflogen. Aber dem Haus ist nichts passiert. Das ist jetzt Traum. Ich mag's nur, wenn's gerade ausgeht. Oh, ist das schnell hier, fuck! Ich glaube, ich bin im Wasser. Ja. Die Kurve war einfach nichts kriegen für mich. Oh, oh, dann hab ich Angst davor, was da kommt. Achso, das geht. Kann man hier auch das Licht ausschalten? Alter, was ist mit dir los? Hallo? Ja, ich hab die Kurve gekriegt. Chill doch mal jetzt, ey, dass du immer so einen Stress machen musst, weißt du? Aber ich will da hin, ich muss mal aufs Klo. Ach du Kacke, okay, alles klar. Ich, ich drück. Oh, jetzt schon Mississippi. Äh, Mississippi. Ich drück. Ich bin da hin, ich bin ich ja willkommen.